Eine. Das muss doch irgendwie zusammenzukriegen sein. Wie schafft man denn das dann? Hier ist alles genau unterteilt. In Elementarbausteinen. Alles. Und hier ist es eben eine kontinuierliche Wirkung. Die kann ganz, 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 ganz klein sein. Und das ist sie im Übrigen auch. Aber sie müssten eigentlich mit dieser Art von Vorstellung, dass es in Einzelpaketen paketierten, müssen sie irgendwie zusammenzubringen sein. Also, die Tragödie besteht jetzt darin, dass die sagen können, wir haben alle Goldmedaillen gewonnen. Und dass diese Theorie aber eben auch alle Goldmedaillen gewonnen hat. Es gibt keinen eindeutigen Sieger. Und das kann irgendwie nicht sein.